Wenn du klein bist, dann weißt du, wie schwer es ist, die Lieblingsspeise zu bekommen. Aber kleine und große Menschen haben ihre Probleme. Wollt ihr es herausfinden? Dann schaut unser Video! Wo sind denn alle? Sie sind spät dran! Endlich, da sind sie ja! Hi! Wow, das war knapp! Hi, Rose! Du hast mir gefehlt! Hi, ähm... Leo, das ist vielleicht genug! Schon gut! Los geht's! Wer liebt nicht gutes Essen? Jeder! Ist das eine Nachricht? Ein leckerer Donut wartet in der Küche! Wer als Erster da ist, bekommt ihn! Mein Donut! Haha, ich bin schneller! Hey, nimm die Leiter weg! So schaffe ich das! So schaffe ich das! Lass mich los! Ja, ich bin die Erste! Der Donut gehört mir! Nicht so schnell! Ich hab gewonnen! Was? Oh, du kleiner, schlauer Fuchs! Lächeln! Hey, ich bin hier! Vielleicht wäre es hier besser? Wie wäre es hier? Vielleicht sollte ich auf dieser Seite bleiben! Unser armer Leo! Lass ihm uns helfen! So ist es besser! Cool! Meine Mitschüler sind die Besten! Toller Platz! Zwei Cocktails bitte! Gut! Das hier ist für sie! Und der hier ist auch für dich? Nein, nein! Ich bin mit meiner Freundin hier! Oh! Jetzt sehe ich sie! Danke! Nein, so geht das nicht! Habt ihr einen Strohhalm? Natürlich! Einen Moment! Nein! Ich brauche so einen! Dieser ist zu kurz! Länger! Oh, cool! Danke! Mir gefällt es hier! Und die Musik ist gut! Stimmt! Ich glaube, ich habe alles eingepackt! Hey, du Streber! Gib mir dein Geld! Ich will nicht! Nein! Gib es mir, sagte ich! Nur nicht ins Gesicht! Komm her! Jetzt habe ich dich! Du kannst es versuchen! Das ist nicht alles! Du steckst in großen Schwierigkeiten! Ja! Träum weiter, Kleiner! Sind sie da? Nee! Ich habe mich geirrt! Ähm! Hat er uns nicht gesehen? Nun, diesmal sind sie definitiv da! Seid ihr im Leben schon mal wegen der Höhe in komische Situationen geraten? Schreibt es in die Kommentare! Hm! Hm! Die Türklingel muss kaputt sein! Nun, ich warte noch etwas auf die Jungs! Oh! Wie seid ihr hier reingekommen? Du hast uns einfach nicht bemerkt! Ist das euer Ernst? Du hättest nach unten schauen müssen! Endlich im Bett! Heute war so anstrengend! Ich möchte gerne schlafen! Wow! Ich muss ein größeres Bett kaufen! Zum Glück sind nicht nur meine Beine lang, sondern auch meine Arme! Ah! Wie schön! Das ist besser! Gute Nacht! Ich mag dieses Kaffee wirklich! Hier ist die Bestellung! Danke! Was für ein leckeres Sandwich! Kann ich mir vorstellen! Ich bin so hungrig! Wann bringen sie mir meins? Hier ist ihr Sandwich! Toll! Genau meine Größe! Komm her! Wow! Du kannst so viel essen! Dabei bist du doch klein! Na ja! Das ist nur ein Snack! Lecker! Dieses neue Spiel ist so cool! Ich spiele schon seit zwei Tagen und konnte nicht aufhören! Autsch! Dieses eklige Netz! So wie immer! Du hast es immer noch! Dieses... Nest auf dem Kopf! Ich kann nichts sehen! Was schreibt sie da? Und warum sitze ich hinten? Was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt tun? Nun... Die erste Antwort ist B! Was kommt als nächstes? Haps! Haps! Ihr habt noch 15 Minuten! Warum bin ich so klein? Das ist nicht fair! Die Kleinen sind so lustig! Seht mal, wer da ist! Halt! Lass mich zum Spind gehen! Okay! Ups! Fang! Gib mir die Tasche zurück! Fang sie einfach! Ich sagte doch, die sind lustig! Ich werde es euch zeigen! Gib mir meine Tasche zurück! Wir haben doch nur Spaß gemacht! Und ihr? Ihr denkt, dass ihr groß seid? Ich will den Keks! Warum sollte ich leiden? So schnell gebe ich nicht auf! Startet die Operation, um Kekse einzufangen! Hier bin ich! Hallo, meine Liebe! Oh! Ah! Autsch! Lebe ich noch? Hm! Was gibt es hier zu naschen? Oh! Das ist Schokolade! Genau, was ich liebe! Ich habe ein paar Spiele für die Konsole gekauft! Es wird erst in ein paar Monaten erscheinen! Oh, was für ein hübsches Mädchen! Ich möchte sie kennenlernen! Dann lass uns gehen! Hi! Ich bin Jacob! Und das ist Leo! Hi! Ganz kurz! Ich muss da rangehen! Hör mal! Sie mag dich wirklich! Folge meinem Beispiel! Alles klar, Mann! Wie heißt du denn? Ich bin Rose! Ich hatte fast vergessen, mich vorzustellen! Oh, was kann man nicht alles für einen Freund tun? Was für lustige Schauspieler! Ich frage mich, ob sie wie Rose aussieht? Hi! Die Abschlussfeier steht kurz bevor! Es ist Zeit, ein Kleid zu kaufen! Nun, wie sieht sie denn aus? Rose, warte! Du bist ganz rot! Endlich sehe ich dich! Hurra! Und dann rief er mich zu einem Date! Und wir liefen durch die ganze Stadt! Es war so romantisch! Mir gefiel alles! Aber nächstes Mal möchte ich ins Kino gehen! Hey Rose! Warte auf deine kleine Freundin! Hm, nein! Das auch nicht! Oh, schöne Bluse! Das hier sollte ich anprobieren! Was? Hier sieht man doch alles! Okay, ich muss es so machen! Wow! Nein, so geht das nicht! Weiter geht's! Was für ein Kleid! Es ist perfekt! Nun, nein! Das ist für große Leute! Ich probiere es an! Konntet ihr es nicht noch höher hängen? Mit dieser Umkleidekabine stimmt was nicht! Hat euch unser Video gefallen? Dann liked es! Und abonniert den Kanal! Und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren! Tschüss!